Teil 5 Hot Stuff Freitag, 18.30 Uhr Rose wartete geduldig in der Schlange am Taxi stand. Chrissy lief auf sie zu und fiel ihr um den Hals. Danke für den Ferienjob, es ist galaktisch schön. Das höre ich gern, sagte Rose und strahlte. Ich habe noch eine scharfe Überraschung für euch. Charles kocht zur Feier des Tages. Es gibt Morgs Sark. Klingt indisch, lecker, wie kommt's? fragte Chrissy. Ihr Onkel war zwar ein X-Sterne-Koch, verwöhnte seine Lieben aber eher selten mit exotischen Kochkünsten. Demnächst ist indische Woche im Carloid. Er experimentiert. Ein paar Caps rollten heran. Beim dritten waren sie an der Reihe und fuhren Richtung Rutherhithe. Rose überschüttete die Teens mit Tratsch und Klatsch aus dem Theater und bestritt, ohne dass es ihr auffiel, die ganze Unterhaltung allein. Im Hausflur duftete es nach exotischen Gewürzen. Charles öffnete und nahm Chrissy in den Arm. Willkommen, Kleine. Schön, dass du endlich hier bist. Den roten Teppich habe ich für dich zwar nicht ausgelegt, aber komm mal mit ins Wohnzimmer. Es ist angerichtet, sagte er und öffnete schwungvoll die Wohnzimmertür. Charles hatte auf dem Fußboden eine leuchtend Orange mit Elefanten und indischen Ornamenten bedruckte Decke ausgebreitet und das Essen darauf platziert. Räucherstäbchen glommen vor sich hin und verbreiteten einen intensiven Geruch. Raymond pfiff anerkennend. Sie setzten sich auf Sitzkissen, die um die Decke drapiert waren, und bewunderten das Arrangement. Wer mag eisgekühlten Chai? fragte Charles und schenkte jedem, ohne auf eine Antwort zu warten, ein Glas von dem Gewürztee ein. Als Vorspeise gibt es Chili-Linsen-Suppe, erklärte er und schöpfte die duftende Suppe in die Schalen. Chrissys Magen knurrte. Sie kostete vorsichtig. In der linken Hand hielt sie ein Stück Naan bereit. Experimente mit Chilis konnten teuflisch daneben gehen und Brot half im Notfall immer. Ach Chrissi, liebe Grüße von Oma. Sie hat vorhin angerufen, berichtete Charles und schnupperte andächtig an der Suppe. Hat sie etwa schon Heimweh nach mir? Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Sie war ganz aufgelöst. Ihr Mac hat nicht pariert. Sie konnte nicht mehr online gehen und musste dringend irgendwelche Daten wegschicken. Aber ich konnte ihr Problem lösen. Sie wollte dich fragen, ob du irgendwas an ihrem Mac verstellt hast. Neugierig sah er seine Nichte an. Ich hab nur die Lautstärke runtergedreht. Das ist die Wahrheit und nix als die Wahrheit, antwortete Chrissi und berührte instinktiv ihren Ohrring. Ach, du hast ja auch so einen Ohrring wie Raymond, nur in blau. Wo habt ihr die eigentlich her? fragte Rose. Schnell biss Chrissi von ihrem Brot ab und blickte Raymond hilfesuchend an. Camden Market, sprang er in die Bresche. Wir haben ihn an dem Wochenende nach Pfingsten bei einem der Stände gekauft. Sind doch echt krass, oder? Ohne modischen Firlefanz gefällt ihr mir wesentlich besser, meckerte Charles. Er konnte Ohrschmuck und Piercings nun mal nicht ausstehen. Ich finde, die Kugeln schimmern schön, ganz samtig. Was ist das für ein Material? Ist das was Neues? fragte Rose und ließ ihren Blick zwischen den Ohrringen hin und her schweifen. Keine Ahnung, antwortete Raymond und sah Chrissi auffordernd an. Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Er prustete los und Chrissi konnte nicht anders, sie kicherte mit. Charles und Rose tauschten kurz einen ihrer »Es sind halt doch noch alberne Teenies« Blicke aus. Nur langsam ebbte der Lachanfall ab. Charles verteilte das Hauptgericht. Nachdem alle einige Bissen des kräftig gewürzten Murks probiert hatten, nahm Rose den Gesprächsfaden wieder auf. »Was habt ihr in den nächsten Tagen so vor?« erkundigte sie sich. Raymond schluckte hastig. »Wir treffen uns mit Zack und Ginger und machen bei einem Projekt im Club mit. Chrissi muss einiges für die Schule recherchieren, im Internet, aber auch in London vor Ort. Ihr seht, wir haben neben der Arbeit im Apollo volles Programm. Für die Schule, wie nett!« Anerkennend lächelte Rose ihrer Nichte zu, die nicht wusste, von was Raymond eigentlich sprach. »In den Sommerferien für die Schule recherchieren, der Kerl war doch nicht ganz knusper.« »Raymond, mein ausrangierter Laptop steht hier noch irgendwo rum. Den könnt ihr haben. Er ist auf alle Fälle schneller als dein alter Computer,« bot Charles an. »Danke! Voll krass!« Raymond grinste. »Das lief gut. Er hatte sich das Teil so oder so unter den Nagel reißen wollen.« »Schon gut. Und was für ein Projekt gibt es im Jugendclub?« fragte Charles. »Projekte. Wir können uns aussuchen, ob wir bei einer Musikproduktion mitmachen, ein Video drehen oder japanisches Papierfalten lernen.« »Eine Musikproduktion?« fragte Rose. »Jede Band bekommt die Möglichkeit, ihre Songs professionell aufzunehmen. Und unsere Band hat sich angemeldet.« »Nicht schlecht,« meinte Charles. »Da bietet sich euch die erste Chance, berühmt zu werden.« In der Zwischenzeit waren sie beim Dessert angekommen. Mango-Malai. Mango-Mousse mit Joghurt und Früchten. Eine satte Stille breitete sich aus. »Es hat toll geschmeckt,« bedankte sich Chrissy. »Dad, wirklich nicht übel.« Rose nickte zustimmend und Charles lächelte zufrieden. Chrissy und Raymond erklärten sich bereit, die Küche aufzuräumen. Die Erwachsenen willigten widerstandslos ein. Anklopfen nützt nix, reiben nützt nix. Die sollten sich mal an Aladins Wunderlampe ein Beispiel nehmen. Der Meister poliert ein bisschen und schon entschweben die Scromax-Gins ihrem magischen Versteck, moserte Raymond. Er und Chrissy saßen auf dem Boden in seinem Zimmer. »Entspann dich!« Chrissy lehnte sich behaglich an ein gigantisches, schwarzes Samtkissen. Ihr Bauch spannte und sie war hundemüde. »Ist dir dieser Esoterik-Kauz im Theater eigentlich nachgepirscht?« fragte sie nach einer Weile. »Nachgepirscht?« »Naja, der Typ war tatsächlich hinter mir her.« »Gleich nachdem ich aus dem Saal war, hörte Green aufzuleuchten.« »Zum Glück.« »Ich musste pinkeln und verzog mich in die Personaltoilette.« Als ich meine Hände wusch, tauchte der Heini hinter mir im Spiegel auf. Ein Besucher im Angestelltenbereich. Er faselte irgendeinen abgedrehten Quatsch daher. »Ich spüre deine Aura. Glaub mir, du bist etwas ganz Besonderes.« »Es war sicher vorbestimmt, dass du mir heute begegnest. Ein Glückstag.« Mir wurde ganz anders. In diesem Moment ging die Klospülung und Sid trat aus der Kabine. Sein Unterkiefer stürzte ab, als er mich erkannte. Die Szene war echt hammerhart, bühnenreif. Sid knurrte den Typ zornig an. »Was suchen Sie hier? Lassen Sie den Jungen sofort in Frieden!« Sein Bass wummerte richtig. Und zu mir sagte er ganz sanft, »Komm mit in die Bar.« Der Typ verzog sich ratzfatz und ich folgte Sid. Der guckte ziemlich grimmig. In der Bar hielt er mir einen Vortrag über ältere Männer, die versuchten Jungs mit allen möglichen Tricks aufzureißen. Es war nur peinlich. »Sachen«, hat er mir erzählt. »Hetzend!« »Sei froh, dass du nicht dabei warst.« »Hoffentlich steckte es Rose nicht.« »Die zwei haben doch ständig Funkkontakt.« Rose trat ins Zimmer. Sie war ziemlich aufgebrezelt. »Raymond, habt ihr gerade über mich geredet?« »Quatsch!« »Wo geht ihr hin?« Auf eine Runde Darts in den Pub. Kann spät werden. Das war Teil 5 von Scromax London Die Suche Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de Die Schlüssel Alle Hörbuchteile zum freien Die близ 연� Зд Vielen Dank.